Geh jetzt durch die Tür! Maya, geh durch die Tür, danke. Jetzt müssen wir noch einen Neugeist fünf Geister. Also noch fünf oder mit... mit Amy fünf. Mit Maya. Wir sind vielleicht auch tot. Keine Ahnung. Ne, mir war ja noch lebendig. Oh, ich wollte den Kompass nachgehen, aber es geht ja nicht. Der zeigt gerade gar nichts an. Also muss ich einen Stock höher, bis er mir was anzeigt. Ja, ich muss gucken. Wir müssen den Spiegel benutzen. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Das ist doch halbwegs. Bist du das. Da müssen wir irgendeinen Ort finden, wo wir den fucking Spiel benutzen können, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ist ja auch zu hell. Ne, jetzt geht's. Okay. Spieglein, Spieglein, wo müssen wir hin? Und wir haben... Da ist wieder der Dude. Ich habe vergessen, wie ich ihn genannt habe. Die zwei, okay. Wir müssen in die zwei. Und Jimmy ist natürlich auch da. Was neig ich jetzt? Dr. Boss? Okay. Gucken. Wen ist er da? So, einmal zum Fahrstuhl. Peek-A-Woo. Peek-A-Woo. Aber im Schrank. Wir spielen... Jacke. Hu. Jimmy. Du findest mich nie. Du findest mich nie. Jetzt haben wir ein kleines Kind und jetzt haben wir einen Doktor. Ist er weg? Ich habe ihn noch rufen hören. Und? Ist er noch? Ich meine, rennt er dann so Naruto-Ran-mäßig hier dran vorbei oder guckt er auf das Schlüsselloch? Äh, durch das, äh... Tischbillon. Da waren wir eigentlich richtig gelaufen? Von wegen, wir kommen zum Fahrstuhl. Doch da ist das grüne Männchen. Oh, du Drecksack! Da wollte ich lang! Ist wie ins Bad. Das glaube ich nicht. Ich sag doch noch morgens. Wenn... Ihr beide hilft mir doch. Ist doch echt super. Jimmy? Mein Jimmy. Okay. Wehe, du stellst dich jetzt noch mal vor den Fahrstuhl, dann haue ich dich. Wieso darf ich ihn ja eigentlich nicht hauen? Wieso darf er nur mich hauen? Das finde ich unfair. In die beiden! Du schlägst dich aber ziemlich gut, finde ich, also das, äh... Momentan ist er auch einbreit. Guck ihm um die Ecke, dann seh' ich ihn ja. Klar. Meistens. Ähm... Der Kompass zeigt mir auch nix an, aber ich hab' die zwei gesehen. Hier ist dunkel. Krieg' ich aber irgendwann ne Taschenlampe? Ne, leider nicht. Ich darf einmal nicht ins Dunkle gehen. Wer klopft da? Jemand klopft. Ich glaub' das sind die Schritte, wenn die Chemie auf dem Weg ist und das Stockwerk, aber ich bin mir nicht sicher. Guck' mal, das Licht geht aus. Ah, guck' mal, da hat jemand ernst geklopft. Stimmt! Hallo, Affenbosen. Der Doktor kommt. Jimmy, was hast du mit dem Doktor gemacht? Jimmy, was hast du mit dem Doktor gemacht? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Das ist alles zu spät. Das kleine Kind ist nicht mehr da. So, jetzt, äh, Grammophon. Who's there? Katrin ist da. Hello? What's your name? Der hat's da gerade in den Namen gesagt! Ich hab' den hat Jimmy echt nötig. Oh Maya, du bist echt auf den Weg gefallen. Das tut mir ruhig bereit, aber du bist nicht mehr ganz persönlich. Wenn man so einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat, äh, füllt bestimmt einige Gehirnzellen. Ich hab' mal lieber... Ich fände immer... Wo ist die Zeichnung in Sichtung? Sie ist aber auch unter Panic. Also... Wieso heißt die Mutter Rose? Ich muss jetzt wieder an American Psycho... Ne, nicht doch. American Psycho denken. Wieso heißt Mutter Rose, dass ich Jimmy rede, um herauszufinden, was ihn bedrückt. Aber Harvey war wegen Timmys Verstand besorgt. War Harvey sein Vater? Ich dachte, Harvey wäre seine zweite Persönlichkeit. Ich hab' da irgendwas falsch verstanden, glaub' ich. Diese Togo Punch. Ja was? Die Zeichnung. Hatt' ich die Zeichnung da? Die Gewaltwürdige Zeichnung. Das hätt' ich mir jetzt auch doinken können. Dann hätt' ich dich nicht für gebraucht. War das ja alles? Achso, ne, ich muss ja noch kombinieren. Wenn du gesagt hast, Harvey war über Jimmy's Mind. Hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über die violente Bildung? Ja, solange es nur Zeichnung sind, ist ja alles okay. Wenn's weiter hinaus ist, ist es schwierig. Ja, du hast bestimmt noch kleine Tiere gequält oder so. Was? Schau in Richtung der zugesperrten Timmysche. Achso, das war noch hier. Ich war kurz verwirrt. Okay. Scheint mir sicher zu sein, also ich hör' ihn auch nicht. Was ist ne Kamera? So ich jetzt erst. Warum müssen wir hin? Ich hab' mich aufgepasst. Ich weiß es auch nicht mehr. Äh, Kompass zeigt nach da. Die haben wir nach hier. Haarstuhl. Okay, erster Stock. Ist klar, Chef. Gehen wir. Machen wir. Ah, das, ne, soll sie nicht verstecken, soll die Türe rausgehen. Okay. Scheint sicher zu sein. Erster Stock. Ah, Lager bei der Treppe. Okay. Hallo Jimmy! Du warst nicht im Türspion! Der hat aber nicht gerechnet. Er verschleppt mich. Oh nein, Jimmy, mach böse Dinge mit mir. Das muss aber Toast bleiben, Jimmy. Denk dran. Dann auf Twitch. Jimmy! Er hat das Ding jetzt geklaut, glaub ich, wieder. Er hat mein Grammophon! Muss ich wiederhaben. Wir müssen echt gerne schöne Kopfschmerzen haben. Wir haben schon zwei Dinger wie rübergekriegt. Da. Da mein Grammophon. Aber sollten wir nicht eben hier eh nochmal hin? Das Problem ist, dass da auch irgendwie alles gleich dort aussieht, also. Ja, das hat man generell bei Hotels das Problem. Ja, also gleich alles. Ja. Es ist halt auch einfacher. Hallo, oh! Er sagt doch, er hat kleine Tiere gequält. Ich sag doch, Jimmy hat Tiere gequält. Das ist so der Klassiker. Feuer, kleine Tiere quälen. Das ist so der Klassiker. Feuer legen, kleine Tiere quälen, eins ab Psychopath. Aus dem Lehrbuch. Ist es Dr. Bose? Ja, ich bin Dr. Bose. Ich habe dich auf ein totes Wies auf einem Wies. Was hat passiert? Jimmy hat kleine Tiere, kleine Tiere, Tiere. Ich habe das Gefühl, er brauchte, er brauchte seine Empathie-Skäle. Ich habe mich gefragt, ob er etwas leckeres machen könnte, was er für mich tun könnte. Ich war überraschend. Und er kam mit eine Idee direkt weg. Sicher kocht Mütze nicht den Draht. Nee, er hat ja recht. Er will den Kaninchen kochen. Ich habe das Kaninchen nur gefangen, um zu braten. Ich habe das Kaninchen nur gefangen, um zu braten. Wenn du gesagt hast, Jimmy kam mit einer Idee, um etwas Gutes für dich zu tun. Ist das mit dem, was du über den Chefs hat gesagt hast? Ja. Jimmy sagte, er machte etwas für mich. Also wollte ich ihn sehen, was er gemacht hat. Nee, Jimmy würde ich auch nicht trauen. Das ist bestimmt geküttet. Ich habe nichts erkannt. Okay, okay, okay. Wir gehen weiter. Nee, nicht zurück. Du sollst wieder rausgehen. Du sollst rausgehen. Maya, geh raus. Wir gehen nach G. Okay. Ihr gebt Kommando, ich folge. Küche. War da eine Küche? Ja gut, es macht Sinn, dass wir eine Küche geben. Wir haben ein Chefset gefunden. Also eine Koffe. War da eine Küche? Ich kann mich an keine Küche erinnern. War die Küche nicht im Erdgeschoss? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich meine ja. Alle sagen, wir sind im Erdgeschoss. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wo eine Küche ist. Okay, hier war die Treppe. Da ist das Büro. Da ist dunkel. Da geht's raus. Ah, guck mal, da. Flackern ist gut. Doch, da war eine Küche! Da war tatsächlich eine Küche! Hier! Da war die Küche! Das ist eine große Idee, Jimmy. Ich bin nicht Jimmy, ich bin Maya! Nee, äh... Das ist ein Psychiater, der sollte doch nicht so naiv sein! Vielleicht wollte er Hilfe rufen, es kam nur keine Hilfe! Das ist doch so, fuck, ich bin hier in dem Hotel mit einem Psychopathen gefangen! Was mach ich jetzt? Wait, jetzt muss ich wieder... Was? Äh... neben dem Ausgang... Nee, nicht alles. Achso, ich muss essen! Oh, ist er da! War da was? Achso, er ist zu weit weg! Okay, ich habe nichts bestanden! Ich glaube, ein Flur muss raus, oder? Hier jetzt! Er ist ja hier lang gelaufen! Ich habe nicht alles gelesen! Ich habe nicht alles gelesen! Ich bin doch schon eins zurück! Ja, im Sack nur... Ja, jetzt habe ich Dr. Bose! Ja, jetzt habe ich Dr. Bose! Doktor, ich habe ihn nicht gefunden! D-Doktor, ich habe ihn gefunden! Ich habe dir nicht gefunden! Ich habe dich draußen in der Kette, mit Jimmy zu sprechen. Er hat den Arzt vergiftet! Ich dachte, er wollte ihm ein Kaninchen machen. Das Kaninchen passt nicht auf den Sandwich. Das blutige Tuch. Was ist denn? Blutiges Tuch, blutiges Tuch, blutiges Tuch. Warum ist da ein Blutstained-Kloss in einer der Drawer? Es war mir. Ich habe es gehalten, falls ich es als Ebenen brauchte. Und einmal den Küche. Wenn du sagst, dass du nicht erwähnt hast, dass alles falsch war, hat das etwas mit Blutstained-Kloss zu tun? Ein tödlicher Sinn von Humor. Der Hammer erhaut was. Können wir noch ein Schnitzel werden? Können wir noch ein Schnitzel werden? Wir wollen nichts Böses vermuten? Okay, wir müssen dann in die 3. Diesmal habe ich tatsächlich die Zahlen gesehen. Wo ist meine Maus hin? Achso, sie war im zweiten Bildschirm. Meine Maus ist abgehauen. Oh lol, ich sehe jetzt das Bild erst. Was ist das für eine Vogelscheuche? Ich meine, es ist halt die jitte Vogelscheuche. Erster Stock? Das war doch gerade der dritte Stock. Das Badezimmer. Okay. Gehen wir Badezimmer suchen. Das müsste dann hier die Richtung. Das war die Spielhalle. Zu dunkel. Ah ne, halt erster Stock. Ich bin im Erdgeschoss. Das war mein Fehler. Sorry. Doktor. Hey, na geht's? Fahrstuhl! Man hat doch nicht alle Tage mit einem Psychopathen zu tun. Kann schon sein, dass der Doktor überfordert war, wenn es sein Abgebiet war. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Obwohl das halt schon wirklich Klischee ist mit Brandstiftung, mit einem Teddybär und dann kleine Tiere töten. Das ist halt schon wirklich, wie es im Buch steht. Wo war das Klo? Das war hier. Hä? Oder ist noch irgendwo ein Klo? Ich bin im ersten Stock. Also müssen wir noch länger warten. Ich bin im ersten Stock. Da ist es wie ein Dr. Bose? Ja, ich bin Dr. Bose. Du bist so schnell, ja. Ich hab keine Geduld! Er erwartet, dass er auf Warten geht halt nicht. Er erwartet, dass ich warte. Das war's nicht. Boah! Oh Gott! Jetzt wird der voll mal hinfahren, weh. Jetzt müssen wir ihm die Medizin geben. Ich meine, die hatten doch hier so Tranquilizer oder so'n Shit gefunden. Na guck, ich sag doch, Medizin. Das ist ein 30-Minuten Tag. Das ist ein 30-Minuten Tag. Wenn du sagst, du musst auf Jimmy's treatmenten, hat das etwas zu tun, was du gesagt hat, die Diazepam? Ähm... Der Diazepam ist eigentlich bei, äh... Parkinson verabreicht. Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich bin kein Mediziner! Ich weiß, soll das Tittern unterdrücken, aber... dass das irgendwie so impulsives Verhalten unterdrückt soll, das wäre mir neu. Ich hab keinen Plan. Ich hab null Ahnung. Das hätte auch ein Morphin sein können, das würde auch funktionieren, wenn du genug mal nimmst. Warte mal, A3-Jungen! Ist ja ein Morphin für den Jungen! Das will ich jetzt unbedingt mal googeln, weil einfach aus Interesse halber. Ja, jetzt Stock 2. Ich werd ja noch, bis der irgendwann im Fahrschul steht. Dann den... was ist jetzt Stock 2? Zwischen... wahrscheinlich zwischen 210, 211. Dann den Gangstern. Und dann kurz warten, weil ich bin viel zu schnell. Ähm... Ach hier, guck mal! Da ist Schild! Dann gucken, in welche Richtung ich muss! Ich find immer wieder neue Sachen. 110 ist in diese Richtung irgendwo. Hier haben wir... ach, das war dann Lager. 107! 107! Oh! Tatsächlich wird es auch bei sowas eingesetzt. Ich hab jetzt. Hier lernt man sogar was! 107! Oh! 107! 107! 107! 107! er kommt rein er kommt mal rein das hatte ja auch noch nicht über zu langsam nach 201 es ist ein layout das ist der katastrophe ich habe die befürchtet dass der im badezimmer ist das ging ein bisschen zu schnell am besten wenn du da vor gehst ich weiß nicht ich will nichts falsches sagen ich weiß es nicht ich weiß es nicht wenn wir reingucken erst nicht im bad okay aber erst direkt vor der tür was machst du jetzt was machst du jetzt wenn ich im bad bin das machst du nix machst du da ja im bad kann er dich erwischen im schrank kann ich auch erwischen der macht die tür nicht mehr zu guck mal in den türen spielen aber er war schon weiter weg glaube ich ich kenne es für mich nah guck einfach nicht nach hinten dann kann er mich nicht erwischen soviel dazu ich gehe in den gegenüberliegenden raum in ganz 207 jetzt weiter es wackelt so ich denke immer dass die mir so schwer und ganze hotel biebt aber dass die einfach nur so schwer jetzt weiter und war ich hier schon drin geht nicht da habe ich hier schon war ich glaube ich glaube schneller geht nicht hallo hallo wer sind denn sie kennen sie mich haben sie nicht durch den spalten in der tür geguckt guck jetzt mal die tür zugemacht und dann sieht er mich nicht ist der blind hast du mich jetzt gesehen oder nicht der hat mich nicht die gerede hat mich hier sehen der da ist so ein dicker spalt in der tür und er hat mich nicht gesehen er braucht eine brille er braucht eine brille aber wirklich so jetzt nur ich nur aber warte mal bevor du raus gehst weil da rechts unten da ist doch so ein ding und das leuchtet rot also der ist noch ziemlich okay jetzt ist wieder normal okay da ist das weg gucken das sind die mir da okay ich habe das einfach komplett ignoriert aber nur so noch gucken ich darf auch mal glück haben ich habe doch rausgeguckt was willst du bin jetzt eigentlich 13 ja nicht so was schon gesehen er versteht wieder am schrank macht die tür doch einfach so dass sie nicht so weit offen hallo ich kenne sie doch wollen wir mal ausgehen nehmen wir meinen kamo vorgehen dann suchen ich weiß nicht wo der raum 107 ist ich weiß es auch nicht es tut mir leid ok wir können das überspringen jetzt muss ich mir das grafophon finden oh nö ist das jetzt schau im lager des erststocks ich bin im ersten stock ok oh timi ich will die blöde tür finden ich will die falsche laufen hier lang oder dort lang sollte vielleicht echt meine karte holen ok dann hier durch hier durch da durch hier längs und da ist die tür so jetzt ab in den zweiten stock und nach der 207 kommt die 210 und die 211 und da soll ich in den gang gucken jetzt nicht so recht weil man da ist doch ein schild da steht da habe ich doch aber da steht halt nur von bis ok ok wo ist da irgend wird das sein das war die sechs also danach kommt die sieben hier weiter nach der anderen geht es weiter hier 207 da war es doch gerade da war es gerade danach kommt die 210 nach der 207 soll die 210 irgendwann kommen und die 11 das müsste dann hier sein oder 10 in den gang gucken oh mein gott stand still und stop moving around ok ich hab's gefunden er ist zu weit weg ok so jetzt aber doch da haben sie was zu sagen ist amon da ah jetzt geht doch ja das keine antwort holz puddeln holz puddeln ist doch so aus es doch so aus ist doch so aus ja i saw you with a needle talking to jimmy what were you doing jimmy diffuse let me administer the truck i had to chase him around the hotel Dann sagte Rose, dass ich ihn versuchte, um ihn zu nehmen, dass ich für Verlust verwendet habe. Es war schrecklich. Okay, einmal das und auf Holz paddeln. Kriegt Jimmy Schläge. Jimmy findet sehr viel Zeuge. Er hat seine Medizin verwendet. Ist das mit dem, was du gesagt hast, über den wooden paddeln? Jimmy sagt, dass ich die paddeln benutze, um ihn zu verletzen. Ich würde nie benutzen, gegen einen Patienten. Es war schrecklich. Aber Rose glaubte ihn. Okay, wir haben zehnmal ein Telefon bekommen. Die Telefone standen ganz vorne. Ich habe mich hier eigentlich schon... Ich weiß halt nicht, ob ich... Ah, guck mal, Kompass. Ich weiß ja nicht, ob ich überall schon war. Noch ein Kompass, falls wir noch einen brauchen. Oh, das ist das Telefon unten an der Rezeption. Da war eins. Erdbeschloss. Ja, Rezeption, okay. An deine Freundin und dich, Jimmy, ist immer auf deinem Stock. Ja. Ja, aber mir ging es gerade um das Grammophon. Also die Geisterbox da. Dass die immer im ersten Stock ist. Hier ist das Telefon. Die kann auch halt echt Probleme kriegen, wenn er seine Patienten schlägt. Kann ich direkt hier nutzen? Ist es Dr. Bows? Ja, es ist mir. Ich sah dich zu erklären, was passiert mit Jimmy. Du warst sehr stolz. Ich hatte Angst, dass Rose glaubte Jimmy. Es war eine bare-faced lie. Aber ich konnte überzeugen, Rose, dass Jimmy das passiert. Versteht ab. Okay, 2.0. war er gerade. Okay, das mal müssen wir nichts kombinieren. Gut. Wir gehen langsam die Sachen auch zu kombinieren. Und ja, 2.0. okay. 2.0. Zimmer 216. 112, okay. Ah, das war da, wo ich das letzte Mal in der Sackgasse gesessen habe. Wieder umdrehen? Dr. Bob? Ne, nicht Dr. Bob, Dr. Boos. Achso, ne, ich wollte mich nicht verstecken. Müsste hier wieder irgendwas getriggert werden? Wir werden einfach in das Zimmer reingucken. Ah, da ist er! Ah! Ah! Das wirkt jetzt, ähm... Das Escalated Creek Licht? Ne, eigentlich nicht! Das war aber sehr, sehr unbeunruhigend. Wie weiß ich, hier kriege ich ganz harte Vibes hier. Das ist nicht okay, was hier passiert. Ist alles nicht okay, was hier passiert. Ich hoffe, er hat ihn mindestens nur geknebelt. Was ist das Heft von ihm, das, äh... Du musst jetzt ein Heft von ihm haben. Ein Heft? Oder... ja, ein Heft? Ne. Oh, das habe ich wahrscheinlich einfach nicht gefunden. Muss ich noch finden. Keine Ahnung, wo das ist. Okay, wir haben es nicht gefunden. Wie ist es hier drin? Ne. Oh, das ist ärgerlich. Ich weiß halt nicht, wo ich schon drin war. Zeichenblock. Zeichenblock habe ich leider nicht. Ich habe Zeichnungen, aber die hatten wir schon. Irgendwas übersehen. Ne, super. Irgendwann muss es ja sein. Ja, eine Frage, wo es irgendwo... und wo war ich schon? Oh, ich habe ein Dolch gefunden? Wäre der immer besser. Und den Schlüssel. 115. Guck, Spiegel. Ah, guter Call, guter Call. Warte mal. Jetzt muss ich erst mal ein Wort finden. 2, 2, 2. Oh, das ist immerhin auf dem Stock. Aber da wir in dem Raum noch nicht waren, gehe ich mal in den anderen Raum gegenüber. Vielleicht ist da auch noch was, was wir später brauchen. 3. Wie soll ich ins Bad gehen? Jedes Mal. Menno. Ah, ein Schwiegel. Schlüssel. Ah, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja. Sorry, Loot war wichtiger wie Leben. Der ist sowas von im Bad. So was von. Aber was mache ich jetzt, wenn er im Bad ist? Er ist so schnell wie möglich raus. Ich gehe in den anderen. Nein! Soll ich die gehen in den anderen Raum und ob das er weg geht? Ich weiß ja nicht, ob er mich will. Zurück! 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 Sag ich respecto auf, was nicht funktioniert! Fick dich doch! Ey, meine Maus abgeschmiert. Das hat doch bald das Leben gekostet. Hmmm. Nicht gut. Es ist watch stand auch nicht sprachgesteuert, was sollen das? Computer, abort! Abort Mission! Go back, go back, go back! Na wie geht es dir? Ist er weg? Ist er hier? Ich verlasse den Raum, vielleicht ist er ja im Bad. Auf Wiedersehen. Ich würde ihn einfach gerne anschließen, aber ich habe schon noch einen Master Key oder so. Ich habe vergessen, wo ich hin muss. 222, das suchen wir. Wenn hier hinten war, höhere Zahlen. Dann muss ich vielleicht nach hier. Guck mal. Sollte sich nicht drehen. Sollte sich in den Raum da gehen. 222. Ja, 216. Da ist Bob. Album mit Zeitungsartikel, das war das wahrscheinlich, was gesucht wurde. Wir gehen dann nochmal gegenüber in den Raum. Weil da war ich ja wahrscheinlich auch noch nicht drin. Oh. Ah, Leute. Das Zeug, was ich finde, finde ich ja echt sehr bedenklich. Aber wenn der Typ hat zwar eh nicht mehr alle Latten am Zaun. Damit kann man so viel Shit machen. noch ein Schlüssel. Treppetage 2. Nice. Vielleicht sollten wir die Treppe mal aufsperren. Lagerraum. Oh, haben wir mal einen Lagerraum auf. Der ist ja auch hier hinten. Der war ja auch nicht so weit weg. Ich weiß halt nicht mehr genau, wo der Lagerraum war. Komm her oder geh weg. Eins von beiden. Und hast du gesehen, er macht sogar für dich bei, dass er kommt her und geht sogar wieder weg. Ich bin vorbei gegangen. Ich geh doch mal in den Schrank. Ich bin nur eine Jacke. Hier gibt's nichts zu sehen. Ist sehr viel lustig, wenn er so Naruto-Man-Naruto-Man-mäßig vorbeirennen würde. Okay. Kommt er zurück oder bleibt er weg? Ich hoffe, der Jimmy ist genau so geduldig gewesen und geht einfach weiter. Bleibt nicht da stehen. Er ist von hier gekommen, also geh ich hier lang. Wir brauchen noch den Lagerraum mit den Doppeltüren. Ach, der war doch hier. Das war er. Guck. Hier haben wir doch irgendwo... Lager. Wo landen wir jetzt? In den Backrooms? Ah, guck mal, die 16. Da wollten wir hin. Wir sind einfach im Kreis gelaufen. Oh, geil. Aber es passt genau. Hier, wo wollten wir hin? Hey, Doc. Achso, ich muss erst mal fragen, ob er da ist. Ich hab ihn jetzt nachher... Ich bin jetzt hier draußen. Ich bin jetzt hier draußen. Ich hab da nicht weitergegeben und das Pistole zu finden. Ich hab da nicht gut gemacht. Deine ist ein Buch. Ich bin ja auch ein Buch. Du hast das gemacht. Du hast das gemacht? Ich hab da... Ich hab da nicht gemacht. Ich hab da nicht gesehen. Wer kann das gemacht? Ich hab da nicht so gemacht. sehen müssen. Ich weiß ja nicht, wenn es nicht die Bild-Zeitung war, weiß ich nicht, ob das zu 100% gelogen ist. Sind beides wahrscheinlich aber schlechte Menschen, die Scheiße gebaut haben? Ich weiß ja nicht, der Doktor scheint mir auch nicht so clean zu sein. Die Tröpfe war, dass noch nicht einmal erlischt werden. Ach, die Trophäe war... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Dafür habe ich auch nicht Geduld. Ich muss ja dann auf irgendwas warten, das funktioniert nicht. Aber der Doktor hat auch Dreck am Stecken. Wir haben alle Dreck am Stecken. Was, hat er gerade gesagt? Who eat my ass? Habe ich den richtig verstanden? What the fuck, Jimmy? Was hat er zu dir gesagt? Ich habe verstanden, who will I eat my ass? Ja, vielleicht hat er gewisse Vorlieben, von denen wir noch nichts wissen und auch nichts wissen wollen. What the fuck? Habe ich wahrscheinlich falsch verstanden, aber what the fuck? Was mein Ziel ist jetzt die Trophäe? Oh lol! Dann wünsche ich dir alles Gute! Oh, Jimmy! Wie verschrocken! Oh, meine Gefängnisle! Das war die Rache! Das war Jimmys Rache! Er hat mich gehört! Er wird ja jetzt nicht viel warten. Wo bin ich jetzt? Erster Stock, das trifft sich doch hervorragend. Jetzt muss ich noch was machen. Oh, jetzt hat er mir aber den Schlüssel für die Treppe geklaut! Ja! Besteckt er denn irgendwie wieder im Hotel, oder? Ich glaube ja! Besteckt ihn einfach wieder! Legt ihn einfach irgendwo wieder hin! Ich guck eh nicht auf den Kompass, ich brauch keinen Kompass! Ich versteh den Kompass nicht! Also wir müssen jetzt wieder in den G, oder in die 3? Ne, 2? Keine Ahnung! Ich gehe in G! Ne, in G oder in die 3 war's! Der Spiel hat G oder 3 gezeigt! Wer hat da klopft! Das war die Metalltür! Wo war die Metalltür? Ich glaube äh... Ne, da nicht! Warte! Jetzt drehen doch mal! Einmal drehen! Links! Das andere links! Ich glaub das war hier! Oh, guck mal! Da kann ich nicht hin! Ist das ein Opa oder so? War ich hier schon? Oh, hier war ich noch gar nicht! Hier ist ein ganzer... ganzer Ballsaal! Oh ne! Es ist nicht das Ding! Ja, klopf du! Ich hab was erfunden! Ich hab was erfunden! jetzt hier aufzuklopfen! Ich will hier gucken! Ich will auch den fucking Kumpis nicht holen! Okay, ich kann hier nichts machen! Ja! Ja, ich will aber nur gucken! Hier war ich noch nicht! Ich hab das irgendwie übersehen! Ich bin jetzt Dr. Bo's! Ich bin Dr. Bo's! Ich bin Dr. Bo's! Ich sah, du warst erschrocken und hörte, dass die Polizei auf der Tür bangt. Was war passiert? Rose reportete mich. Ich wusste, dass es mich aufhörte. Ich hatte keine Karriere, keine Zukunft. Ich habe entschieden, zu kontrollieren. Ähm... Ich glaub, du brauchst die Wäscheleiner. Ich weiß nicht, oder das hier? Wiedersinnshinweis. Hat keine Antwort. Okay. Achso, das hatte ich dann schon mal gefragt. Wäscheleiner. So kann man das auch nennen, ja. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, was er mit der Wäscheleine gemacht hat. Er hat sich herumgehängt. Oder er wollte den anderen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob er sich selbst umgebracht hat, oder ob er jetzt versucht hat, Jimmy zu töten. Oder Rose. Das wird ihm nicht weiterbringen, er hat sich selbst umgebracht. Ich call, er hat sich selbst umgebracht. Das ist mein Call. Ich weiß es nicht. Ab in den Keller. Äh, warte mal. Wo bin ich jetzt? Da muss ich hin. Und so schließt sich der Kreis. Im Keller haben wir Amy gefunden, und jetzt verlieren wir Bob. Äh, Dr. Boos. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer Dr. Bob im Kopf. Ich weiß nicht, wie ich hier dann ins Dschungelcamp komme. So, ich gestehe, ich habe doch keine einzige Folge vom Dschungelcamp gesehen und bin stolz drauf. Ja, ich habe das früher mal geguckt, weil es halt im Fernseher liegt, wo noch der Dings mit dabei war. Der, der, der... Aber wie hieß er? Ich komme nicht drauf. Wie hieß der Du, der andere, der am Anfang mit dabei war? Wie hieß er? Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht mehr drauf. Ein bisschen korpulentere. Ich komme nicht drauf, wie er hieß. Oh, lol, ich und Name ist nichts. Dirk Bach? War das Dirk Bach? Ich weiß nicht. Oh, Alter. Ich kann es dir nicht sagen. Ein Keller. Ich brauche mir ja wieder viel zu. Also, der ist der Erste, der mir einfallen würde, der korpulent ist und bei so einem Schwachsinn mitmachen würde. Ah, ich habe hier... Ja, guck, der bringt sie selber um. Sag mal, mach mal eine kreative Methode über den Fahrstuhl. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich mich umbringen wollte, weil ich das doch nicht an so einem abgefuckten Ort wie da machen. Der ist für zwei vielleicht einfach. Der weiß nicht mehr weiter. Der weiß nicht mehr. der weiß nicht mehr. Da bin ich zuhörn Muss ich ihn jetzt nochmal call? Ja. Wahrscheinlich Ja, wahrsscheinlich. Was ist das? Ist das Dr. Bose? Ja, ich bin Dr. Bose Ich bin Dr. Bose Hast du nicht aufgepasst? Hast du nicht aufgepasst? Er hat dir die Story doch erklärt Erzählt uns eine ganze Geschichte, Maja Wieso hast du was getan? Digga, pass auf Maja war auch nur so irgendwie in AfKamo los Du hast Dr. Bobs geboost Ich bin schon über Dr. Bob Egal, der Doktor ist hinüber Ich muss keinen Kompass finden, hör auf Nein